ich kann's gut kannst jetzt könnt ihr auch doch gucken dass ihr euch richtig einstellt was ist jetzt wenn ich nein sagt ja dann ist so ein problem hier habe ich alle beide nehmen da ist aber deine schuld weil du mich immer hetzt hallo soll sich doch nicht fetzt macht das naja ist das so ist das ist ja ich hab's natürlich fertig bestimmt glaube ich dir so ist nur erst mal eine halbe stunde wissig dass ich bei euch kann weil ich kein nebenlager ist okay bei einem ad das in ordnung dann dann hallo fahrne ich weiß wie geht's hier nein ich will bringen so gerne so lange alleine zeit in der höhle da draußen 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 aber sehr gut hier dann wird sich vielleicht auch noch der pelz war da nicht was ja vielleicht mal gucken ja so ein bums ey wie komme ich da jetzt hoch klettern soll ich dir hochklettern ich kann hier nicht hochklettern soll ich dir hochklettern warte moment ich glaube ich mir geht was mit einem großen seilkäfer vielleicht gucken wo der mich hinschießt wo bist du solche gleich mal das camp zeigen wo das hier ist das ist so nah dass da gehen wir gleich in er ist ja oh gott sei dank das hat mich nach draußen katapultieren ich komme ja gerne ja wenn es gleich wegläuft dann fragst du mir kurz haribo du hast beide ich habe hier beide warum auch immer ordentlich ja 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 oder Irgendwas gebrochen? Nein. Sollen wir da an ihr töten? Ja, kann man machen. Da dachte ich mir, dass du sie vorziehen möchtest. Oh boy. Tut mir leid. Nein! Achso, okay. Entschuldigung. Entschuldigung, nicht lange. Naja, du weißt ja, dass ich gerne Hinternfotos mache von Monstern. Ja, willst du auch ein Hinternfoto von Anja haben? Habe ich glaube ich schon. Ich auch. Nein. Okay, genau. Ich selber wüsst. Oh je. Ich weiß nicht, wie lange ich dann dort berichtigen kann, ey. Es ist ohnehin ein Punkt, ey. Ich lebe das schon mal einen geliebten Job. Aber das ist alles okay. Das ist ja lustig. Ja, wir sind nicht einfach so schön, dann bin ich beruhigt. Das ist ein fiktives Monster. Einfach so richtig geil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm mit, hinter dir. Komm. Komm mit, hinter dir. Follow me. Ja, wenn mein Hund kommt. Also dann brauche ich gar nicht. So. So. Hier rein. Ah. Juhu. Entdeckt. Hm. Tja, dann kann ich dir gleich direkt der zweite Zeug. Aber ich hau erstmal ab. Bye, bye. Bye, schnuff. Ja. Ja. Aber ich zeig dir gleich, ähm. Das ist das richtige, das zweite hier direkt auf. Weil das ist halt direkt in der Nähe auch. Ja. 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 Ich bin zwar noch arbeiten, müsste man nichts mehr tun werden. Okay. Und Art Golder. Okay. Und dort steht mein Auto. Vielleicht hab ich heute ja Glück und fahren. Nicht noch beinahe ein Fugger. Nein. Was? Was? Okay. Oh, du bist noch, du bist noch unterwegs. Okay. Wir sind aber schon vor spätfahrend. Wo schläfst du? Du schläfst du denn im Zoo? Oder bist du echt dann noch so spät unterwegs dann? Wie lange musst du denn noch fahren? Ja. 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 Wie lange musst du noch fahren? Ja. 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 Ich hab keine Ahnung, wer da reingefallen ist. Ich nicht. Aber ich hab das doch gesehen. Ich auch nicht. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ja. Versuch was, wie ein Carrivo. Ja. 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 Ja ich wollte nicht brechen. Ja. Warum hast du das doch gesehen ey? Ja, das wollte ich schon in der ersten best gemacht. aber das sind nachher drei gestorben was sagt das ist einfach gut vor wie du einfach das redet scheiß drauf und die wöpfel wenn dadurch der dritte tod entstanden wäre es so dadurch gibt es ja keinen schaden er war ich meine man ist ja erst mal CC ja dann musst du gar nicht sein du hast ja auch schon gesagt es wäre dir so scheißegal gewesen und Harry wurde deswegen gestorben er will mich nicht immer passiert ist und dann wird er auch für sie nicht drüben die drüben um einigermaßen wir haben uns eher gemacht wenn man einmal so in die Luft nicht so nach einer Stelle einfach so ein bisschen gemacht gefallen die dritte er hat er hat er hat er hat er hat er hat er Oh, das ist ein Gefallen. Oh, das ist ein Gefallen. Das macht er. Oh, okay, der hat er. Nein, der kommt. Bist du? Hmmmm... Der ist hinter dir. Okay, müssen wir eh wieder hoch. Und da ist der zweite Kind. Ah. Das habe ich wohl schon. Wie, das hast du schon? Ah, das habe ich schon. Das habe ich schon entdeckt. Nö. Ja. Entweder sind das ein paar Monster, musst du mal gucken, welche das sind. Renoplus wahrscheinlich. Das sind diese Viecher, die dann immer umrempelt oder Materialien abgeben. Ja. Ja, kann ich nur empfehlen, den Ball zu arbeiten. Nein. Also wenn du ein paar Renoplus siehst, dann kannst du die einfach kaputt haben. Ich weiß... Ich weiß gar nicht, ob du die Christ hast. Aber... Ich war ein bisschen verwirrt, weil Pikachu schrieb, es wird ein Spaß im Lehrerzimmer. Ähm... So heißt mein Motschat. War erst mal ein bisschen irritiert, so. Na, Haribo, ich baste dann auch erst mal Stinkbomben. Nein. Nein, Haribo, das ist meine Anja. So ist langsamer. Du brauchst Anja doch nicht mehr. Nicht? Okay. Hm. Weiß ich mich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Hä? Hä, ich hab nur daran gedacht.. 10 vor 12 ist er zuhause Fall hier. Ist aber schon ein ganz gutes Stück, ne? ja so lange musst du davon dann aber auf jeden fall auch dann kommen auch gut in den feierabend ein verfahrt ich mir guter heim nein nein ja schön das tipp ist schon praktisch ein seilkäfer immer zu behalten weißt du mittlerweile auch wie das geht okay wenn man getroffen wird wie gesagt halt einfach zl und b wie wenn du nicht mit x sondern mit b mehr ist das nicht sobald du getroffen wird und weggeschleudert ist das gehe jetzt schnell mit jahren also so schnell konnte jetzt auch nicht ich wurde irgendwie zweimal getroffen anscheinend aber ich bin halt auch weggesprungen aber wahrscheinlich nicht schnell genug ja oder vielleicht ungünstig gesprungen das kann auch sein wir auch schon passiert ja schon du bist einfach von den Attacke reingesprungen naja was sollst 25 Minuten nach Hause ja es geht doch ist hingefallen 25 Minuten geht glaube ich noch nachdem ich noch ich glaube ich habe ich möchte jetzt so wie die Ablücke ein alter ob daraufhin der noch mal hinfällt bis abgehauen hier ist er ist noch hingefallen wurde ich schwanz drauf dann soll man danach haben und glückswesen schweizer wo ist denn das sehe ich jetzt aber auch nur der baumte ich sehe es auch dann dann kannst du es ja holen oder wo bist du es dabei ja ich suche das war eine Anruhe das ist jetzt geht es weg irgendwie ein erster ist auch bei der Katze ruhig anfang war die Katze war die Befehl ich dachte mir sieben ist das stimmt stimmt dann bleibe ich da er kann es im glückswesen später holen wir haben ja noch ein zweites monster daher und das wird jetzt immer auf der karte markiert auch der frisst mich kann ich schnell die dunkbomben wo sind meine dunkbomben da scheiße nein ich wollte gerade gruppenheilung drücken reicht dir nicht dein eigener was meinst du pikachu ich glaube schwanz ich wollte gerade sagen was wir haben nach 22 grad kriegst du da zu zweit hin ich denke kriegst du das eine malz alleine hin ich denke warum trinke ich ein ich komme diesen scheiß ganz nicht klar mit dem tortenmenü ich auch nicht es wird andauernd irgendwas random ausgewählt oder du musst fünf mal anwählen damit es ausgewählt will wie sie für das war mit dem ersten wort profi ja ja jetzt bin ich einmal getroffen worden und habe es trotzdem nicht getestet nachdem das erklärt wurde bis doch realisiert nimmt er hat so gesehen schon aber das wird ich sage mir so viele schwänze wie ich will so sagen wir den stream kurz auf 18 plus stellen es geht ich jetzt auch gerade warte mal braucht brauchst du dass man es nicht selber zum looten ich ne ja ich habe aber dass ich das mal lebe mädchen nutzt man kein monster was da los aber schon den schwanz ich muss wieder zurück ich habe vergessen ich habe die waffe getauscht das war gruselig bei mir haben haribo und ich gerade exakt dasselbe exakt synchron gesagt ja pikachu da wird nichts hallo ich hacke doch nur beim monster was alles ab ich bin ein ein friedlicher monsterjäger der nur dinge abhackt von monstern die böse sind ich versuche dinge zu retten dass mich schon zu spät du reitest dich nur weiter da rein ich höre jetzt diese eule ja das jetzt fliegt ja weg seid voll doof ich weiß ich bin zu lustig ich bin zu lustig ich bin zu lustig ich bin zu lustig soll noch mal das ist okay dann bist du halt Ok, ok, ok. So macht man das richtig, so macht man das richtig. Was ist passiert? Nix, nix, ich habe ihn geheilt. Ja, Gruppenheilock hat er rausgehauen für mich. Ok, weiter? Ich bin fast gestorben. Es ging schon, da habe ich mich einfach nur kurz um sein Leben gepostet. Ich habe ihm nur gezeigt, wie man richtig immer leidet. Genau, richtig. Dafür bin ich kurz einmal in die Luft gesprungen, aber... Ach so, ich verstehe die Krabbe wieder. Ja. Ich hasse dich. Hallo, ich lass mir doch nur die gefallen mit Harry, wo du so ein Handlack an dir ausübst. Ich hätte damit rechnen sollen, ey. War noch nicht bei Monster und so, hat voll viel Zeit gebraucht im Nachhinein. Ich habe keine Krabbe gesucht, ich habe das Glückswesen gesucht und fand eine zufällig. Haste noch. Wie ist das? Haste noch? Alter, die ist kacktopp. Erst hatte ich vergessen Waffe zu wechseln und dann... Und dann habe ich das Glücksvieh gesucht. weil dreines glück dass ich dich fand damit das glückswesen richtig glückgebracht was keiner zufällig geführt hat mich sofort dahin geführt als als wenn es mir so zeit deswegen ist es auch mal weggeflogen es ist ein zeichen gewesen ja du musst haribo noch mal in die luft ja gut ist oben war das schon habe ich dich damit voll gerettet ich glaube auch sonst hat sie mich welches man sagt ja sonst weggeschleudert oder ja ja dann kannst du später leipzig bis nicht nur doof das was anderes hier sind rede plus vielleicht für die nebenquests weil sie die falsche sind oder so baby es gibt ja nur zwei nebenquests und eine die red noch was weiß ich ob du die quest hast dachte wenn man wenn ich hier schon sind kommen wir mal kurz umhauen ich muss erstmal irgendwie dahin kommen wo ihr seid ich habe mich zum dritten mal verlaufen sollte ich abholen muss ich nein muss ich an die hand nach koch nach koch war so ärgerlich ich war gerade wieder da wo wo ihr wart und dann war das monster weil ich nicht korrekt was geht denn hier ab bitte und gute nach pikachu schlaf gut gute nach pikachu schlaf gut und danke dass ich da war dann bis morgen und bis morgen ach die dinge ok da ich dir einen kaputt zu machen wenn dann die quest triggert ja ich brauche noch einen schau mal bei dieser tipp ich glaube ich die sind abgehauen also die sind einfach in den busch und haben sich aufgelöst da ist noch einer glaube ich bleibt stehen das ist okay wir machen das schon warum nicht außerdem die wahrscheinlichkeit dass ich einen finden der zeit in dem er das monster blatt macht ist ungefähr bei 0,001 prozent ich glaube in den ruinen und so wenig ich mich auf der map auskennen nee da sind ja wie da war ich schon da habe ich mich verlauben ne 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 boah das wird ja ansonsten kommt ihr bestimmt nochmal respawn dann geht das ja hoffentlich ich weiß ich dachte eigentlich das machen nur große monster wusste nicht dass das keine monster auch machen dass die einfach verschwinden auch nie scheiße 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 guck mal guck mal nein nein tschüss skylar schönen abend dir noch gute nacht skylar schlaf gut auf dir und danke dass du da warst ich glaube das irgendwie nur noch zwei mal heute ne schweinze abend dir noch ich hab mich gesagt das sieht irgendwie so aus Oh der Wegkampf gleich Oh nice You have to die finish him fatality Mist Okay Nee doch nicht Oh shit Ich glaube ich sollte mehr auf das hören was mein Charakter sagt Sagen immer wieder Ich habe ihn gefallen Sehr gut Jetzt aber Jetzt aber Oh der ist ein Giftquip Wirst du noch gucken ob der respond kommt Nee ne ok Nee Ok Das krieg ich schon hin Weiß ich doch Achso dem will ich euch ja helfen Hm ja mach doch Hm mach ich doch Fangen wir Okay Mhm Spann Nein Nice 10 Euro Ich glaube eine Quest lohnt sich nicht Wir haben jetzt eine halbe Stunde fast gebraucht Ja Ja Ich meine es war eine große Quest Aber Wird nicht besser Wie viele haben wir noch? Ja Kann ja gleich mal gucken Ja Kann ich ja auch gucken Aber es sind echt nicht mehr viele Vielleicht drei oder vier Mhm Ja voll gut Wird morgen vielleicht die Urgent Quest machen?